es kann unser primäres ziel wir haben wir die gesteins dinge ich glaube mit denen sollten wir uns nicht so sehr befreunden das geht jetzt hier ins feindliche wieder rein wir sollten über den füchsen wir müssen aber auch nicht mit allen befreundet sein wir sollten vielleicht das fuchsgebiet uns aufsparen haben wir dort wenn wir dort freunde haben können wir uns doch bei den füchsen gelassen oder nicht ein klo hier sind wir im tempel dieser schildkröten stinger sind wir hier wie kommen wir da hinein da ist jeder ein steinchen zu nehmen können die wüstenechsen werden wir jetzt sind die werden noch nicht wirklich jetzt freunde kriegen da drüben ist der stein oder was nicht hier oben habe ich den gesehen so kommen wir ran so kommen wir ran sehr schön. Sechs von den Kugeln haben wir. Ich weiß gar nicht wie viel es insgesamt gibt, aber sie sind noch feindsätig. Sie sollten noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ok, sie sind die Kugeln gegenüber feindsätig. Füchsen, ja, ich zeige jetzt an wie sie gestimmt sind. Gehen wir doch mal wieder drauf. Oh nein. Wie kommen wir da lang? Das ist wahrscheinlich alle bevor er uns ausschaltet. Ein Versuch ist wert. Lassen Sie sich nicht heilen. Ich sollte mich mal heilen lernen. Oh Mann. Ok, in den Turm werden wir wohl nicht reinkommen. Das ist schade. Dann werden wir wohl erstmal andere Gebiete erkunden. Dann mal hinter dem Turm noch weiter laufen. Das Gewässerchen schwimmen. Und weiterhin die Politik verfolgen uns zumindest mit den meisten Völkern gut zu stimmen und mit allem Völk sehr gut zu stimmen. Mit denen kommen wir hier definitiv nicht. Dann kommen wir da irgendwie durchs Wasser. Wie gut können wir schwimmen. Ich füllen wir es hinaus. Wir kommen voran. Ein Spitzensportler. Wir kommen voran. Ein Spitzensportler. Wir kommen voran. Ein Spitzensportler. Ich habe gerade mal drei Kilometer geschwommen. Mit Schwert und Ausrüstung an der Hand und vollem Inventar. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass wir hier näher kommen, aber mir also schwerCU плюс erstmal auf. … … … … … … … Umkehren ist ja auch keine Option mehr. Ah ja, nie kommt näher. Unsere Schwimmenbeine haben wir für unterledigt, Sportwürde gemacht, 3 Kilometer Schwimmen, Abend, sehr schön, Land, von da drüben sind wir her gestorben, sehr schön, Funkturmaus, hier sind wir jetzt, da weiter schwimmen finde ich ein bisschen gewagt, hört auch die Karte auf, können wir jetzt hier noch ein bisschen das Eckchen erkunden, hier haben wir auch die Karte, das ist eigentlich die, wenn wir das Eckchen jetzt noch haben, dann haben wir die Karte erkundet, müssen wir jetzt noch wissen, wo wir den Kollegen finden, den Off, wahrscheinlich an der Heimat, da steht die erste wahrscheinlich Schritte, das heißt wahrscheinlich, er ist 2 Meter raus aus dem Dorf, da steht der und gibt uns das Tutorial, und dann gute Nacht, Abmachschlüsse erforderlich, ah ja, und schaust noch einen Helm, Kilometer würde ich sagen, noch ein paar 200 Meter, an Land, nachdem 3 Kilometer geschwommen ist, mhm, geht jetzt Richtung Heimat, Ah, das sind die Echsen hier, verdammt, Ah, das sind die Echsen hier, verdammt, Ah, das sind die Echsen hier, verdammt, Blut, dass es gar nicht laufen kann, schlapp, 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 Spuckt ihn noch in der Gegend, Ich glaube, ich lande in die Richtung, sind wir relativ nah an zu Hause, Wir sind gerade mit den Füchsen am neutralsten, glaube ich, Füchse sind neutral, ja, die müssen halt auch verbündet kriegen, Könnte man nach Hause laufen mal sagen, Ist in Ordnung, wir können zu den Füchsen gehen, Vielleicht ist das schon die Idee der Sache, Ungefähr da muss ich lang, Oh, oh, Wusste gar nicht, dass die Echsenmenschen hier so, Ne, vom, Hier genau in die Richtung, von der Heimat leben, Und von der Granzense, Kogbeid, ouch da ist noch ein bisschen zu erkunden vielleicht können wir dann wenn wir das ja gründet haben alle gebieter gründet haben wir müssen uns mal versuchen ich habe da ein plan und da können wir hingehen ich habe einen nervigen begleiter quest dass wir die leute dorthin füllen müssen da haben wir das eine Echse hier müssen wir lang Pferdchen das sind diese Mondelefanten nicht erwischt Brotwälzen hey du darfst mich nicht beim Brotwälzen stücken ernten stören hier müssen wir hoch jetzt die nächste Ebene das ist gleich die nächste hier 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 da fehlt ein bisschen strom hier ist noch ein gebiet was wir noch nicht gekundet haben da müssen wir hin bisschen federn oh nein und ein elchgebiet und darum müssen wir noch weiterhin ist noch ein stück neben vielleicht hat sich das dann mit den streams mit dem ein streams für mittwoch und sonntag erledigt kommen was kannst du mal was anderes wenn ich heute schon hier die karte karte gründet haben das ist deutlich nicht läuft habe jetzt nicht kaputt kapiert ganz die damen ist mal lang der greift uns nicht an oder was wo wir noch ein fuchs schreien sehen ich glaube diesen neutral hier ja mit denen sind wir neutral und füchsen müssen wir noch freundlich werden und anscheinend sehen mit den zumindest verbündeten verbündet werden das macht alle nicht die modkühe nein nein das ist ein drecksviech hier das drecksviech hat mich angedrückt weil ich die modkuh angedrückt haben statt den was auch immer das ist statt dem bericht wird nächstes ist was habe ich noch nicht gefunden ich nehme bereich dort wenn man das wäre mein hinweis nicht mal langsam aber sicher richtung im game bereich begehen genau die entgegengesetzt richtung lang aber ja was hat man hier tun es dort müssen wir hin die ungefähre richtung auf den gipfel sich auf den turm richtung trommel müssen geben markierung ist es es wird einfach nur unser doof sein unsere heimat und sein was doof aber ich glaube da habe ich meine markierung getroffen aber ja vielleicht wenn man trotzdem die nebenauf einfach straits drauf loslaufen fuchsdorf sehr schön und anscheinert einfach nur nur wollte handeln da muss ich weiter 2 verfeinde zu völkern auch miteinander aber auch mit mir zwei völkern die mich nicht unbedingt mögen fuchs schreien so nimmt alles verbundet das gut ist die feindlich denn die grog die noch neutral ist doch in ordnung damit können wir doch leben oder ich fühle mich jetzt verbundet das völk herr bürgermeister da kommen wir gleich zum markierten punkt da die ganze zeit der off war frage ich mich sagen befindest dich jetzt im erkundungsgebiet dies wird auf dem kompass dargestellt das ziel ist in der nähe jetzt sind tutorial oder was es kommt ja frühzeitig habe ich alles auf eigene forst schon gemacht da mal auf oder was das der mine eingang auf es hier der lina ich sehe ihn schon wenn ich ja hier unten sind wir nicht gelaufen hallöchen ach wir sind aber früh wieder zurück ja ich habe mir ein bisschen zeit gelassen sie ist so besorgt aus zumindest soweit ich das bei euch menschen erkennen kann ein verschreckliches geschehen nach liebe zeit schon wieder ein erdrutsch wir können nicht länger auf der kippe leben ich muss hilfe suchen wir müssen umziehen ein neun ort leben finden es könnte nicht einfach werden bis in sie gibt es viele kreaturen die viel stärker und schlauer sind als du und ich naja schlauer als du auf jeden fall als die stemmen all diese stemme machen sich einander territorium und nahrung streitig manchmal ist das ein ziemliches durcheinander genau genommen habe ich gerade erst ein paar dörfer beobachtet weil ich nicht mal weiß wer dort im moment wohnt könnten die crocker die schmutzler oder auch die kariblen sein hier ist mein vorschlag halte nach behältern ausschauen die man spendenkästen nennt habe ich ja schon ganz allein geschafft sie werden von allen spezies benutzt um gefährliche zeiten ressourcen zu teilen und zu schenken wenn du in einem dorf ein angebot machst und diesen dorf dann findest könnten sie dir vielleicht reinlassen oder dir sogar helfen gut ich werde was versuchen wie gesagt ich habe mit all dem nur sehr wenig zu tun mit hamburg wir ziehen es vor komfort unsere häuser zu beobachten zu lernen und zu studieren ich werde es auf deine karte markieren sollten wir dich jemals brauchen es liegt im zentrum der insel deine beziehung zu den spezies werden im pause es geht angezeigt spendenkästen finden sich in der nähe von dörfern entlang der straßen die zu ihnen führen und spendest werden die gegenstände zum betreffenden dorf transferiert die beantwortlich beeinflusst auch die beziehung zu den kreaturen dieser art spendenkästen kannst du auf der karte finden das sind die spendenkästen gut das habe ich nicht gewusst ob wir mit denen sind verbündet das heißt sind vielleicht jetzt mal dem betritt ein freundlich gesinntes dorf das ist okay tun wir es jetzt mal das schaffen wir es jetzt in einem fuchsdorf zu leben wäre das doch schon ganz toll hätte doch instinktiv schon richtig gemacht kundesdorf um mehr über seine organisation zu erfahren können wir jetzt mit dem reden ist ja toll das ist doch spielen mit mir meine augen ein streich ein mensch in fleisch und blut vergib mir die äußerung meiner fassungslosigkeit aber seit jahrzehnten hat auf dieser insel niemand mehr eine menschen zu gesicht bekommen nennt man dich denn jüngling ich heiße jüngle und ich bin ich bekomme von der zu den wackelklippen ein stamm kann dort nicht länger bleiben also bin ich auf der suche nach einem zufluchtsort ich habe einem dorf etwas gespendet und darf nur auf hilfe dass ich das noch erleben darf suche ich bewundere deine tapferkeit aber ein ort zum leben ich fürchte das liegt nicht in meinem interesse ich habe genügend hungrige gemäude zu stopfen wie alle anderen auf der insel trotzdem den spenden ist nicht unbemerkt geblieben und ich denke dank dir vom ganzen herzen dafür nicht jeder wird aber meiner friedlichen interesse an den menschen teilen und du wirkst für diese wohl beschwerende aufgabe zu erschöpft und noch dazu unvorbereitet ich werde unseren dorf an deinen alten schild holen lassen in unserem lager ist bestimmt noch einer der für deine hände geeignet ist in der zwischenzeit könntest du vielleicht unser dorf erkunden für eine kreatur wie dich sollte es dort reichlich zu lernen geben der schild sollte fertig sein wenn du bereits zum aufbruch bist ein schild hoffentlich kann ich auch damit umgehen jetzt bist du schon so weit gekommen ich werde auch darüber nachdenken was du tun kannst mein ziel zu erreichen es tue ist die zeit dass mal jemand etwa oder etwas ein bisschen leben im alltagstrott von allem barma raum bringt waha ich komme wieder zu mir wenn du dein schild erhalten hast aha ok vielleicht nur für ihn eine mission erfüllen dann dann das ist jetzt halt irgendwie die story können wir vielleicht hier leben ich würde schon bei den füchsen nehmen das ist das ist schon eine schon eine sache die ich mir vorstellen kann hier spielen wo war noch gleich der händler man sagt sich dass die menschen ein bisschen zu viel erkunden bist du das das ist dann mein großer turm ich kann sie am horizont sehen er scheint den reichtum und die bevölkerung stärke dieses dorf anzuzeigen wo die flammen auf der spitze wo die flammen auf der spitze für eine art größen indikator sind das tote meines dorfes repräsentiert die spezies und die stärke des dorfes im jeweiligen territorium sammler der des dorfes sind ständig damit beschäftigt in der näheren dorfumgebung nahrung zu sammeln und sich zum toten zu bringen nahrung ist unerlässlich für die erhöhung der bevölkerungszahl eben falls zur gesundheitsherstellung der dorfumgebung oder bekämpfen aha unserer direkte noch ein das war auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020